Moses, Ramses, ihr seid gemeinsam aufgewachsen wie Brüder. Gebt aufeinander Acht. Wieder Zeit. Du weißt, dass etwas nicht stimmt. Du hast es immer gespürt. Deine Eltern haben dir nie die Wahrheit erzählt. Welche Wahrheit? Im Jahre deiner Geburt gab es eine Prophezeiung, dass uns ein Anführer geboren würde, der uns befreien wird. Und dieser Anführer bist du, Moses. Nach 400 Jahren der Sklaverei sind die Dinge hier sehr viel schlimmer geworden. Lass dir sagen, Bruder. Du musst sie freilassen. Ist das eine Drohung? Ja! Moses und seine Familie müssen sterben. Was ist das Allerwichtigste in deinem Leben? Das bist du. Und wann wirst du mich verlassen? Niemals. Wir werden sehen, wer von uns besser tötet. Du oder ich. Ramses! Soll mich das demütig machen? Das tut es nämlich nicht! Ich komme, um dir zu sagen, dass etwas bevorsteht. Das jenseits unserer Macht liegt. Es geht um das Überleben Ägyptens, hast du verstanden? Wer hat dir das erzählt? Gott. Ich bin ein Gott. Ich bin ein Gott! Folgt mir und ihr werdet frei sein! Wir sollen 400.000 Sklaven gefangen nehmen? Wir nehmen überhaupt niemanden gefangen. Es liegt ein Meer vor uns und eine Armee hinter uns! Macht euch bereit! Was soll das? Das ist mein Zuhause. Ich bleibe bei Ihnen. Heiß hinein! Ich habe Sie nie angerührt. Die anderen zwei sind die, um die Sie sich kümmern sollten. Tagsende.